Ja, jetzt will ich euch einfach mal ein paar Landschafts-Impressionen zeigen von dem See, wo ich war und wenn ihr wollt, könnt ihr ja ein Screenshot machen und da kommen dann vielleicht auch ein paar Hintergrundbilder, also ich werde es mal machen, ich werde davon ein paar Screenshots machen, weil es sind richtig gute Bilder dabei. Sollte mal ein Video, ne? Ja klar, das will ich euch zeigen. Also, die war also, viel Spaß. Und hier noch einmal ein paar Natur-Impressionen. Weil wir können natürlich im Video auch auf Pause drücken und sich das Screenshoten, weil hier ist echt ein schöner Fleck Erde und das muss man festgehalten werden. Wenn man das nicht alles abfilmt, kriegt man das gar nicht eingefangen, so wie das ist. Schau mal. Zum Glück ist die Sonne gerade hinter den Wolken. Da kann ich immer. Pst! Es gibt schon sehr schöne Flecken Natur. Und denen sollte man auch Zeit schenken und diese fertigen. Deswegen mache ich dieses Video so genug. Und hier noch einmal ein paar Natur-Impressionen. Ja, das waren ein paar Landschafts-Impressionen von dem See, wo ich war. Und ich fand es richtig schön. Eine schöne Natur. Und wie gesagt, wenn der eine oder andere will, ich hoffe, die Bildqualität ist ausreichend. Ich kann sich ganz schön machen und sich das als Bild aufheben. Weil ich finde es toll. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also, bye bye!